Helva lädt zur Party ein und alle Hauptcharaktere von Dotec Sign und Dotec Legend of the Twilight sind eingeladen. Endlich könnte man sagen bricht Dotec Sign aus seiner eher düsteren Atmosphäre raus, wenn man sieht wie Charaktere wie Tsukasa, Kite, Mimiru, Black Rose und Co saufen, tanzen, flirten und Spaß haben. Jedoch fehlt hier der Witz an der ganzen Geschichte. Zu wenig gute Witze oder komische Situationen und wie in der Dotec Sign Reihe schon normal fehlt wie immer der Fanservice. Ein bisschen nackte Haut, die ein oder andere Parodie oder ähnliches hätte diese Folge sehr gut getan. Technisch kann aber auch diese Episode wieder überzeugen, es sieht gewohnt gut aus und mit Obsession von Seesaw ist wieder mal mein absolutes Lieblings Dotec Lied am Start, hell yeah. Wenn ihr gerade mal Zeit habt und sonst nix besseres zu tun habt oder ihr neurotische Zwangsstörung habt, dass ihr alle Teile einer Serie sehen müsst, die es gibt, dann haut rein, viel Spaß und nehmt euch nen Gameboy mit. Für alle anderen pinkelt vom Balkon auf den Kopf des Nachbarn ist wirklich viel lustiger, glaubt mir. Geht's.